Schneeparadies, Medaillenschmiede, Aushängeschild des DDR-Sports, Biatlonspektakel Bob- und Rennrodelmekka. Oberhof steht für so vieles. Den Anschluss an andere Wintersportzentren hat es nach der Wende verloren. Im Herbst 2019 erhält Oberhof den Zuschlag für gleich zwei Weltmeisterschaften. Im Biathlon und Rodeln im Jahr 2023. Jetzt rollen die Bagger. Der Staat investiert Millionen. Wird jetzt alles anders? Drei Jahre begleiten wir die Entwicklungen am Rennsteig, besuchen Sportler, auf denen Medaillenhoffnungen ruhen, Hoteliers, die Millionen investieren. Menschen, denen das berühmt-berüchtigte Oberhofwetter nichts anhaben kann, weil ihr Herz hier schlägt. Oberhof im Winter 2020. Schlimmer hätte es kaum kommen können. Wochenlang warten die Macher auf Schnee. Als der Biathlon-Weltcup zu platzen droht, lassen sie in Lastwagenweise aus dem Ruhrpott einfahren, wo zuvor ein Spaßwettbewerb stattfand und die Reste zusammengekratzt wurden. Während Fridays for Future der Nation den CO2-Spiegel vorhält, keine gute Idee. Doch damit nicht genug. Als endlich Schnee fällt, kommt Corona. Wochenlang haben Pensionen und Hotels zu. Ein Einbruch von bis zu 40 Prozent ist die Folge. Die Konsequenzen noch nicht absehbar. Und trotzdem geht der Blick nach vorne. Ich glaube, über Corona müssen wir nicht so sehr viel sagen. Es war für alle die gleiche Situation. Es war von einem Tag auf den anderen dann eben zu. Und nach ein paar Wochen ging die ganze Geschichte auch wieder los, dass wir angefangen haben, hochzufahren. Inmitten der Pandemie wird an anderer Seite des Ortes kräftig gebaut. Die in die Jahre gekommene Rodelbahn wird erneuert. Wenige Meter weiter ein neues Skistadion errichtet. Der Staat investiert Millionen für die Ertüchtigung der Weltcup-Anlagen für die Biathlon- und Rodelweltmeisterschaften, die Oberhof 2023 ausrichten wird. Wenn wir hier nichts gemacht hätten, würde auch die Frage stehen, ob man dann noch weiterhin Weltcup-Veranstaltungen hier bekommt. Denn das Stadion und alles. Komm mal rum, ist halt auch wie ich in vor und sagten Jahre gekommen. Und da muss man einfach investieren. Und da sind die Weltmeisterschaften unter Anlass. Diese Sportveranstaltungen gehören dazu. Also ein Teil würde dem Ort an Identität fehlen. Und ich denke, dass auch die Oberhofer und die gesamte Region so sehr mit diesem Sport, auch mit dem Rodeln, also überhaupt mit diesen Weltcup-Veranstaltungen nur stolz darauf sind, dass die hier stattfinden. Das wird ein Stück Identität nehmen. Gebaut wird auch an ganz anderer Stelle im Ort. Eine österreichische Hotelkette will sich in Thüringen niederlassen. Auf einem riesigen Areal soll ein Vier-Sterne-Plus-Komplex entstehen. Das gab es in Oberhof bislang nicht. Also es muss sich natürlich schon was verändern. Vieles ist natürlich auch gerade was im Hotelwesen oder generell so, ist natürlich auch noch ein bisschen so geblieben, wie es war. Und jetzt wird natürlich hier das riesengroße Hotel gebaut, wo man sich natürlich auch verspricht, dass da ganz viele auch aus vielleicht Österreich, Italien hier zu uns kommen, nach Oberhof, um auch, sag ich mal, den Thüringer Wald dann und die Umgebung kennenzulernen. Und das zieht natürlich dann auch noch mehr wieder in die Gastronomie, sodass die vielleicht dann auch, sag ich mal, so einen gewissen Schub kriegen und dann auch motiviert sind, vielleicht noch das ein oder andere vielleicht auch wieder neu zu gestalten. Oberhof zeigt sich im Corona-Jahr 2020 erstaunlich kämpferisch. Trotz aller Rückschläge ist die Aufbruchstimmung unüberseh- und hörbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017